Hey Kleiner, sag mal, ist dein Bord denn schon fertig? Hä? Es kommt eine Welle auf uns zu, die ist gigantisch! Nachdem dein Vater starb und zum Helden wurde und Diane auf der Suche nach ihrem Traum dieses Haus verließ, hat sich in dieser Welt nicht das Geringste verändert. Was soll ich denn bloß tun? Das musst du für dich selbst entscheiden. Was willst du? Was zum Teufel hast du hier zu suchen? Du bist hier, obwohl du versprochen hast, mir nie wieder unter die Augen zu kommen. Nach allem, was geschehen ist, musst du die Verantwortung übernehmen. Egal, wie es für uns ausgeht. Ich weiß nur, dass ich sie unbedingt retten wollte. Ich denke, Nirvash hat mir gesagt, dass ich daran glauben soll. Durch diesen Glauben bekam ich das Gefühl, dass es mir möglich ist, sie zu retten. Du willst Beweise? Begleite uns, wenn du wirklich etwas beweisen willst. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich das auch wünscht. Weißt du, Renton, ich will an dich glauben können. Ich hab gedacht, dass ich an Opas Stelle das Amitadrive beschützen müsste. Und ich hab gedacht, dass ich diesem Mädchen gern noch einmal vertrauen wollte. Deshalb hab ich die Hand ergriffen, wie sie mir entgegengestreckt hat. Was wir hier die ganze Zeit machen, ist kein lustiges Spiel oder irgendein Sport. Wenn ich kämpfe, muss ich immer auch in Kauf nehmen, dass Menschen sterben oder verletzt werden. Es ist möglich, dass du dir das bis jetzt überhaupt noch nicht klar gemacht hast, Renton. Aber auch du bist jetzt Teil davon. Aber du hast dem Militär den Rücken gekehrt, weil du keine unschuldigen Menschen töten wolltest, nur weil man es dir befiehlt, oder? Eureka, du belügst dich doch selber. Wir haben keine Zeit, uns darum zu kümmern, was andere Leute denken, kapiert? Ein Kampf mit dieser Truppe ist derzeit das Letzte, was wir wollen. Die Endretten hat höchste Priorität. Fass mich nicht an. Fass mich nicht an! Die Welt ist voller Dinge, die ich nicht verstehe. Aber es gibt eine Sache, von der ich absolut überzeugt bin. Anemone, es sieht ganz so aus, als wären wir unseren wahren Feinden begegnet. Du hast Eureka benutzt. Du hast Eureka benutzt, um vom Militär und von du weißt schon, wem wegzukommen. Wenn's drauf ankommt, kannst du nie etwas tun, ohne jemand anderem die Schuld zu geben. Ich wusste gar nichts. Nichts über Holland. Nichts über Eureka. Nicht das Geringste! Hör gut zu, Renton. Du wirst nie wieder in die Nirwa steigen. Verstanden? Hör gut zu, Renton. Untertitelung des ZDF, 2020